Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 560. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei ein kranker, Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und eine vierte Frau, Patricia. Hello. Jetzt mal vom Müdigkeitsstand abgesprochen, da sind wir glaube ich alle irgendwie on a high note. Aber nun gut. Man kann es sich nicht aussuchen. Man kann es sich manchmal tatsächlich nicht aussuchen, zum Glück ist morgen Feiertag, das heißt der ein oder andere muss morgen nicht arbeiten und kann vielleicht einen Ticken länger schlafen, das ist doch schon mal gut. Gut, bevor wir hier gleich über die Eintracht reden, erst nochmal sorry dafür, dass letzte Woche die Sendung ausgefallen ist, aber hier war erst Termin und dann Krankheitschaos. Es sah auch kurzfristig so aus, als wenn es diese Woche exakt so weitergeht. Ich bin auch hier immer noch mit einer Schnupfennase ähnlich wie Dennis unterwegs, aber wir haben jetzt einfach gesagt, wir ziehen es jetzt durch und wir machen zumindest eine kurze Sendung und wollen uns fokussieren dann primär auf das morgige Spiel der Eintracht in der Europa League gegen Besiktas. Bevor wir das aber tun, natürlich wie immer am Anfang nochmal den Hinweis, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, uns hier unterstützen könnt. Dazu geht ihr auf eintracht-podcast.de, da findet ihr eine Seite mit dem Namen Support und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Sei es einmalig, sei es monatlich, quartalsweise, wie ihr wollt, mit Kommentaren, mit Bewertungen etc. Dies und das. Diesem Aufruf ist in der vergangenen Zeit nachgekommen. Der Julian, der kam mit einer kleinen Sonderspende um die Ecke, daher geht der Dank stellvertretend für alle, die uns hier regelmäßig unterstützen diese Woche, eben an diesen Julian raus. Und wenn ihr auch hier mal genannt sein wollt oder uns einfach gerne unterstützen wollt, dann schaut bitte auf der Seite vorbei. Und jetzt lasst uns über die Eintracht reden und bevor wir gleich über das Spiel morgen sprechen und was da herausfordernd wird oder auch nicht, würde ich gerne von euch einmal wissen, wenn wir jetzt mal so drauf gucken, wie die Eintracht in die Saison gestartet ist. Mit einem Sieg in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen Braunschweig, der jetzt vielleicht noch nicht so glorreich war, aber immerhin ein Sieg. Dann jetzt mit fünf Spieltagen in der Bundesliga, davon vier Siegen und die auch noch direkt hintereinander. Spiele, wo man mehrfach irgendwie in Rückstand geraten ist, aber sich dann trotzdem durchgekämpft hat und zumindest in der letzten Woche gegen Pilsen in der Europa League dann noch einen Punkt mitgenommen hat und ein 3 zu 3 über die Ziellinie gebracht hat. Wenn ihr das so alles mal betrachtet, wie geht es euch denn bislang so mit dieser Eintracht-Saison bis hierhin? Patrizia, wie geht es dir damit? Sehr gut geht es mir damit. Also ich kann aktuell nicht klagen. Klar, ich sage mal so, dieses Pilsenspiel war ganz kurz echt ein Bruch. Ich sage ehrlich, da ging es mir nicht so gut, als man dann kurz vor Schluss ja schon dachte, 3 zu 1, du führst, ach es sind irgendwie nur noch 5, 6 Minuten und dann kassierst du wirklich innerhalb dieser kurzen Zeit noch 2 Tore zum Ausgleich. Das war vielleicht in dem Moment nicht so zufriedenstellend, aber wenn man jetzt das große Ganze betrachtet, wie du es jetzt auch schon angesprochen hast, geht es mir sehr, sehr gut damit. Also ich habe das Gefühl, die Eintracht spielt mitreißenden Fußball, also mitreißenderen Fußball als auch in der vergangenen Saison. Die Eintracht ist damit erfolgreich. Klar kann man das jetzt, es sind jetzt wirklich noch nicht so viele Spiele gespielt, aber also der Saisonstart ist auf jeden Fall geglückt und das macht Spaß. Man hat echt viele spannende Spieler in der Mannschaft. Man hat das Gefühl, die Mannschaft ist auch eine Einheit und alles in allem macht es aktuell sehr, sehr viel Spaß. Und dann steht man halt auf Tabellenplatz 2, spielt am Wochenende gegen die Bayern und kann mit einem Sieg, also man will ja jetzt nicht träumen, aber die Faktenlage ist nun mal so, dass wenn man die Bayern schlägt, steht man einfach auf Platz 1 und ich glaube, das hätte ich jetzt vor der Saison jetzt erstmal nicht so vorhergesagt. Klar, ich hätte jetzt glaube ich auch nicht den Teufel an die Wand gemalt, aber das ist schon echt sehr, sehr stark, der Auftakt. Ja, also diese Saison dürfen wir definitiv oder können wir zum Glück darauf verzichten, dass wir uns von Basti wieder 500 Mal anhören müssen, dass die Eintracht den einfachen Spielplan irgendwie versiebt hat. Das haben wir definitiv nicht. Dennis, wie geht es dir denn? Ja, also Patrizia hat das schon sehr gut gesagt. Kleiner Bruch mit dieser Pilsengeschichte, das ist glaube ich was. Hoffen wir einfach, dass ein bisschen abgeklärter ist, dass Santos vielleicht auch draus für die Zukunft sieht. Lernt junger Spieler, das sind eben die Punkte, die wir immer, immer in so einem Spiel haben werden mit, ja ich sage jetzt mal, junge Spieler, die rangeführt werden müssen, mit auch Systemen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig ineinander greifen und dann diese Ausbeute aber zu holen, toll. Also ich muss wirklich sagen, die Abwehr hat sich wirklich auch gerade mit der Verpflichtung von Theater sehr, sehr, sehr stabilisiert. Christensen macht einen super Job. Im Mittelfeld, ja, das ist es. Du bist ja nicht so zufrieden. Das ist einfach was, das hat mir die letzten Spiele nicht so gefallen, aber das ist Jammern auf einem Niveau, weil du siehst vorne, Mammusch, geil, wirklich eine super Runde, die er da bis jetzt spielt. Hugo, wenn er da ist, beide Hugos eigentlich, wobei Matanovic, genau, also mit Matanovic, für mich ist das kein Spieler von Anfang an, das vom System her, finde ich, eigentlich ist das wirklich auch jemand, der Spielzeit bekommen sollte, auf jeden Fall, hat mir jetzt auch nicht unbedingt ideal gefallen, dass er von Anfang an jedes Mal gekommen ist, weil er sich dann doch sehr aufreibt, ist für mich jemand einfach, den du mit langen Bällen im Verlauf von einem Spiel besser füttern kannst, als dass du ihn direkt in diese Situation schon von Anfang an mit reinwirfst, aber das sind Punkte, die sind Jammern auf, wie gesagt, schon sehr hohem Niveau, denn wenn du schaust, wie schlecht und wie viel Mist gelaufen ist in der letzten Saison und wie viel super läuft in der Saison, wie viele Automatismen da schon drin sind und gerade auch, wenn du siehst, da hast du natürlich auch so einen Ausnahmespieler wie Mammusch, der dann die unmöglichen Bälle reinmacht, hast auch ein bisschen Glück mit dabei, dass dann der ein oder andere Ball reinfällt, aber im Großen und Ganzen nach fünf Spieltagen, zwölf Punkte, mit wieder einer komplett zusammengewürfelten neuen Mannschaft, die an ganz vielen eklatanten Stellen jetzt sich wieder neu finden musste, ist das schon genial und du hast gesagt, wir haben die erste Stunde, erste Runde im DFB-Pokal überstanden, das ist auch super wichtig, einfach auch für die Stimmung, einfach für das System, auch mit der Europa League, du hast ja nichts verloren, es ist natürlich trotzdem bitter, wie es passiert ist, es hat mir auch wirklich für Santos Leid getan, weil ich glaube, das kann auch schnell mal einen Knick geben, gut, dass er jetzt wieder gegen, ja, am Wochenende gegen Kiel dann auch direkt ran musste, sonst glaube ich, hätte das... Er hat ja keine große Wahl. Ja, genau, es ist keine große Wahl, genau, aber das ist auch das Gute, weil ich glaube, das hätte ihn sonst da ganz schön zermürben können, jetzt konnte er zeigen, hat auch eine sehr, sehr solide Leistung gezeigt, dementsprechend, weil hier war so viel Bashing auf ihm, dass man gesagt hat, ach du jemini, der arme Kiel, da ist mir doch froh, dass überhaupt jemand da ist, dann macht er halt da zwei Böcke, aber gut, oder einen, zumindest einen richtigen, da brauchst du aber im Endeffekt jetzt bei der aktuellen Konstellation und das ist das Schöne, René, weil du fragst, wie geht es dir, ich glaube, so geht es fast allen Eintracht-Fans, dass die ersten sowas sofort verzeihen momentan und einfach dieses Gesamtsystem sagen, naja, das ist halt ein kleiner Ausrutscher und gut ist, wenn das jetzt in der Bundesliga schlecht laufen würde und du wärst im DFB-Pokal ausgeschieden und, 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 dann sind das so Abspärtspiralen, die hätten passieren können, so absolut entspannt, Patricia hat es schön gesagt, momentan ist alles gut, oder, also das ist okay, ist okay. Es ist ja auch das Gute, es ist ja nichts verloren, nur um da ganz kurz reinzugehen, so ne, also ich glaube, man verzeiht viel, also was heißt viel, es gab bisher nicht viel zu verzeihen, aber man schaut vielleicht dann auch über so ein echt dämliches 3 zu 3 am Ende hinweg, das darf dir natürlich nicht passieren, dass du das kurz vor Schluss aus der Hand gibst, aber, mein Gott, du weißt, das war jetzt das erste Spiel und irgendwie war das vielleicht jetzt nicht ganz der Start, den man sich gewünscht hat, aber es geht ja jetzt auch schon morgen, ne, eine Woche später wieder weiter, du hattest dazwischen die Bundesliga, also es geht ja auch Schlag auf Schlag und manchmal hat das ja auch was Gutes, dass du dich dann nicht daran lange aufhängst und sagst, boah, das war jetzt irgendwie so ein Spiel, da ist es irgendwie ein bisschen gegen uns gelaufen und wir haben jetzt eine negative Erfahrung gemacht, du hast eigentlich gar keine Zeit, dich an dieser negativen Erfahrung aufzuhängen und ich glaube, das ist ganz gut, also es war jetzt auch nicht ultra negativ, aber es war jetzt vielleicht der größte Dämpfer, den man jetzt gerade so ein bisschen hatte und vielleicht war es ja auch ein Dämpfer zur rechten Zeit, dass man dann nochmal gesehen hat, hey, wir haben auch noch Schwachstellen und natürlich ist nicht alles rosig, das sieht man auch in anderen Spielen, es war nicht immer so, dass die Eintracht 90 Minuten durchgepowert hat und dominant war, es gab immer wackelige Phasen in den Spielen, aber das Wichtigste ist ja, was am Ende dabei rauskommt und wie man sich da rauszieht und das funktioniert aktuell noch ganz gut, aber ich wollte da René jetzt gar nicht seine Einschätzung klauen, sondern René, wie fühlst du dich denn mit der Einschätzung? Ne, du hast schon den richtigen Punkt angesprochen, also ich bin auch ähnlich wie ihr sehr, sehr zufrieden, auch unter den Gesichtspunkten, die ja auch Dennis angesprochen hat, zum einen, dass wir ja auf vielen Positionen dann doch auch neue Spieler drin haben, auf der einen Seite Spieler, die, wo du das Gefühl hast, die spielen eigentlich schon irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre bei der Eintracht und haben nie was anderes gemacht und dann eben haben aber halt auch Spieler, die ja noch neu dabei sind und die vielleicht auch einfach noch ein bisschen Erfahrung brauchen. Wir haben halt einfach einen fürchterlich jungen Kader und da muss man ihnen halt auch irgendwie zugestehen, dass dann einfach auch mal so ein Bock geschossen werden kann und wie ihr ja richtig gesagt habt, ist da jetzt ja auch nicht viel passiert. Der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich habe, ist das, was du gerade eben gesagt hast, Patricia, dass wir immer wieder diese Phasen drin haben, wo wir aus mir nicht bekannten Gründen, diese Phasen haben, wo wir irgendwie unaufmerksam wirken, wo wir unnötigerweise zu viel den Fuß vom Gas nehmen und immer wieder den Gegner irgendwie reinkommen lassen. Das hatten wir jetzt in allen Spielen irgendwie so, die waren mal kürzer, mal länger. Manchmal konnte der Gegner damit was anfangen oder nicht. Auch am Wochenende gegen Kiel hatten wir ja wieder so Phasen. Aber ja, das gilt es halt irgendwie abzustellen und ich glaube, das kommt dann auch einfach mit der Eingespieltheit, mit den positiven Momenten und mit der Erfahrung. Jetzt hatten wir natürlich gegen Kiel auch die Situation, dass ein Koch nicht spielen konnte oder nee, gegen Pilsen war es, dass ein Koch nicht spielen konnte, dass ein Götze nicht spielen konnte, ein Trapp war nicht da. Dann fehlt dir natürlich auch in diesem ganzen Thema dann eine ganze Menge an Erfahrung einfach, die dann vielleicht auch einfach mal in so einem Spiel dann in so einer Phase den Fuß auf den Ball knallen und sagen so und jetzt bitte einmal Konzentration und das Ding jetzt einfach sauber zu Ende spielen. Das wusste man, dass das vorher passieren kann, das ist aber jetzt auch glaube ich auch noch in Anbetracht der Situation in so einem sehr, in so einem sehr positiven Rahmen. Und wir können uns natürlich auch riesig drüber freuen, wir haben ein Tor nach einer Ecke erzielt. Könnt ihr das glauben? Ja, das ist richtig, ja. Wobei man auch da sagen muss, das sind ja so ein paar Situationen am Wochenende gewesen, die eventuell auch haltbar gewesen wären, aber wir nehmen es auf jeden Fall mit. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, dass es auf jeden Fall eine gute Sache gewesen ist. Auch wie du sagst, Martanovic, genau dafür wollen wir ihn ja haben, dass er das Ding mit richtig Wucht aufs Tor bringt. Und das natürlich dann so funktioniert nach einer Ecke, wobei da die Ausbeute auch in diesem Jahr wieder, wow, also meine Güte. Ja, ja, aber die war auch im letzten Jahr. Das ist das erste Tor, was wir direkt bei einem Eckstoß erzielen, seitdem Dino Topmüller das Amt des Cheftrainers hat. Das haben wir vorher in der ganzen letzten Saison nicht geschafft. Ja, okay, gut, das macht es nicht besser. Die Messlatte ist eher so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie irgendwie Stabhochsprung für Ameisen, wenn du das so im Vergleich siehst. Aber es ist halt schon, ja, hey, wir haben ein Tor nach einer Ecke gemacht. Ja, aber es ist auch gut. Und ich finde es auch stark, dass Mammusch die jetzt ab und zu mal tritt, also die Standards. Und ich habe das Gefühl, das war jetzt irgendwie vor ein paar Wochen schon mal und man hat sich gedacht, hey, das kam ja eigentlich echt nicht so schlecht, warum macht er das nicht öfter? Und jetzt macht er es anscheinend ab und zu mal. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch eine Lösung sein, weil der kann das auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, er ist jetzt auch nicht unbedingt der Nummer eins Zielspieler bei Ecken oder so. Also auch wenn er jetzt, er ist jetzt nicht sonderlich klein und er strahlt immer Gefahr aus und zieht auch Abwehrspieler auf sich. Aber ich glaube, den kann man auch ab und zu mal entbehren für einen Freistoß, für eine Ecke. Weil der scheinbar auch sehr, sehr gut Gefühl, nicht scheinbar, der hat gutes Gefühl im Fuß und bringt die Ecken gut. Von daher gut, dass wir da noch eine Option haben und eine Alternative, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass, keine Ahnung, J.B. hat das auch des Öfteren mal ganz gut gemacht. Aber sind wir immer ehrlich, Standards waren jetzt nie die große Stärke der Eintracht. Zumindest nicht zuletzt, wie René hier rausgearbeitet hat. Werden sie wahrscheinlich auch in naher Zukunft nicht werden, aber ist ein wichtiger Punkt, was du gerade eben nochmal hast, dass einfach Mamouche da auch, und das hat man ja auch schon ganz früh in der Saison in dem Freistoß gegen Braunschweig gesehen, wo er dann auch Matanovic dann den Ball über die Linie gebracht hat, dass Cedda vielleicht auch einfach ein ganz guter Schütze für das Thema ist. Aber das wird sich jetzt nicht von, dadurch jetzt von heute auf morgen komplett ändern und wir werden jetzt in jedem Spiel irgendwie drei Tore nach Standards machen. Das wird jetzt nicht passieren. Davon ist leider auszugehen. René, du hattest vorhin aber auch noch einen zweiten ganz wichtigen Punkt mit dieser Unruhe oder der Problematik der ungleichen Halbzeiten oder auch teilweise während einer Halbzeit, dass du einfach gesehen hast, Vollgas, richtig guter Fußball und dann wieder, uff, da funktioniert es noch nicht so. Daher hoffe ich mir natürlich die Rückkehrer. Du hast es schon angesprochen, auch, dass jemand wie ein Götze wieder eine größere Rolle spielen kann. Ich hoffe auch immer noch drauf, dass Giri ein bisschen mehr noch in die Form reinkommt, weil gerade im Mittelfeld haben wir da teilweise, das überspielen wir teilweise, ganz rucki-zucki, schnell, schnell, schnell. Da kannst du natürlich sehr viel mit arbeiten, indem du auch da ein bisschen Ruhe reinbringst, ein bisschen mehr Stabilität. Da hoffe ich wirklich drauf auf die Rückkehrer, auf das Eingespielte und dann glaube ich, können wir uns da auch vielleicht auf den Dahoud auch mal freuen, wenn er ein bisschen mehr wieder in einem Spielrhythmus ist, dass wir da auch die ein oder andere Situation etwas ruhiger angehen können, dass wir nicht Vollgas gehen müssen und trotzdem nicht die Gefahr laufen, dass wir in der Zeit, in der wir mal einen Gang zurückschalten, am Ende auf jeden Fall nur noch bei uns aufs Tor Bälle bekommen. Das ist momentan ein Problem, tatsächlich, finde ich auch. Also bin ich voll bei euch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Patricia, siehst du das auch ähnlich oder siehst du einen anderen Grund vielleicht auch dafür, warum wir hier teilweise diese Leistungsgefälle sehen? Nee, ich glaube, ihr habt es schon ganz gut zusammengefasst. Das ist jetzt, vielleicht muss es sich auch noch ein bisschen finden, vielleicht muss man daraus auch ein bisschen lernen und das dann auch noch abstellen in Zukunft. Aber ich glaube, solange man das, also das Wichtige ist ja, dass wir es irgendwie aktuell noch offensiv ausgleichen können. Bitter wird es dann, wenn du halt Spiele verlierst durch irgendwelche Leistungseinbrüche mitten im Spiel, wenn du dich dann nicht mehr aus diesem Loch holen kannst oder wenn es eben offensiv vielleicht doch nicht mehr so zusammenläuft und du dann gegen Tore auch nicht mehr ausgleichen oder ja, im Endeffekt einfach wieder in eine Führung ausbauen kannst, dann haben wir ein Problem. Aber das ist ja aktuell noch nicht so. Und ich glaube, das ist dann auch eine gute Phase, um eben an diesen Einbrüchen auch noch zu arbeiten. Kann mir auch vorstellen, dass es halt jetzt, also ich fand jetzt vor allem gegen Kiel war es oder? Nee, war es gegen Kiel? Ich glaube, Kiel und Pilsen war beides schon relativ viel Rotation auch drin. Das war jetzt, glaube ich, so zum ersten Mal in, ich glaube, gegen Pilsen fing es an, zum ersten Mal so in der Saison, dass man wirklich mal mehrere Spieler auch durchrotiert hat. Und ich finde, das hat man dann schon gemerkt, dass das vielleicht nicht, wenn es nicht die erste Elf ist, noch nicht perfekt eingespielt ist, dass da nicht so die Automatismen greifen, dass, ja, dass da eben doch andere Spieler auf dem Platz stehen, die vielleicht so in der Form noch nicht so häufig zusammengespielt haben. Weil, wenn wir bedenken, dass wir auch in der vergangenen Saison schon einige Spieler immer noch haben. Also man konnte über den Sommer einige Spieler halten. Und ich finde, die Eintracht hat schon so eine Achse, die eigentlich da ist und die auch eingespielt ist. Also Mamouche und Ekitike sowieso. Der Ekitike ist ja jetzt irgendwie vergangene Saison gegen Ende angekommen und macht jetzt genau da weiter, wo er aufgehört hat. Mamouche sowieso immer da gewesen. Die beiden verstehen sich gut. Dann hast du einen Larsson im Mittelfeld, der die Mannschaft kennt, der eigentlich auch immer da war. Kann weiter anknüpfen, da wo er aufgehört hat. Du hast J.B., du hast aber auch einen Götze. Und dann in der Abwehr hast du natürlich Koch und Tutor und dann Kevin Trapp normalerweise im Tor. Also du hast ja schon von hinten nach vorne durch eine stabile Achse, die uns mal ausnahmsweise nicht weggebrochen ist über den Sommer. Und ich finde, da kann man jetzt echt viel dran aufbauen. Und wenn du da aber jetzt so ein bisschen durchrotierst und dann auch neue Spieler natürlich ins Spiel bringst und Dahoud ist jetzt zum Beispiel noch nicht so lange da. Du hast, ich finde Christensen und Theat, die will ich gar nicht nennen, weil die beide bisher einen absolut krassen Job machen. Die haben sich sauschnell da eingefunden. Aber ich glaube, es geht ja natürlich auch einfacher, wenn du eben so ein eingespieltes Team hast und dann nur so einzelne. Aber trotzdem, ich finde, man hat auch gemerkt, dieser Dreiersturm mit Matanovic, du hattest Chancen. Du hast vielleicht auch ein bisschen im Torabschluss dann nachgelassen oder zumindest Matanovic hatte so ein paar Chancen, wo man sich denkt, Junge, den hättest du auch machen können. Aber ja, ich finde, da hat man auch gemerkt, so dieses Duo Mamouche und Ekitike funktioniert top. Aber sobald ein dritter Spieler dabei ist, ist das natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Und ich glaube, das muss sich alles finden und wir sind ja auch noch früh in der Saison. Aber ich glaube, damit lässt sich auch ab und zu mal was erklären, dass da vielleicht irgendwie noch nicht alles greift, ist, glaube ich, auch verständlich. Also da ist es ja trotzdem irgendwie eine Dynamik in der Mannschaft drin. Ja, ja. Ja. Und weil du gerade einen Wechselspieler ansprichst, wer, haben wir spontan noch den Marvin eingewechselt? Marvin, kannst du uns hören? Ja, ich höre euch sehr, sehr gerne. Ja, ich grüße euch alle auf jeden Fall. Eingewechselt auf jeden Fall. Aber nicht so treffsicher wie Mamouche auf jeden Fall. Das leider, leider nicht. Aber mindestens genauso gut am Ball sonst. Ja, ja, genau. Ihr kennt mich ja auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Aber ich muss ja sagen, ich bin trotzdem einigermaßen angetan gewesen von diesem Spiel. Insbesondere auch, ihr habt es ja eben angesprochen, Matanovic hat getroffen. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Tor gemacht. Denn langsam wäre schon irgendwie ein bisschen die Diskussion losgegangen. Ist Matanovic wirklich ein Bundesliga-Stürmer und jetzt hat er ein Tor gemacht? Ich glaube, der erste Tor ist erst mal raus. Ja, ja. Ich finde es geil, wie du hier direkt reingegangen bist. Finde ich super. Du bist so reingekommen und dann er, übrigens, Matanovic, ne? Direkt. Ja, ja. Zack. Aber halt direkt hier erst mal so einen schönen Talking-Point reingeworfen. Ja, für mich ist es total wichtig, weil ich habe die Mannschaft in den letzten Wochen sehr eng verfolgt und sehe natürlich, dass gewisse Unzufriedenheiten schon da waren, nachdem es ja beim Europa-Cup, ja, Anfang des Europa-Cup waren es, hoffe ich, dass wir noch viele tolle Spiele haben werden. Aber das 3-3 war irgendwie hui und phui, aber gleichzeitig war Matanovic halt nicht so präsent. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, da kommt schon ein bisschen die Unruhe hoch und wir wissen ganz genau, gerade Spiele, die aus der zweiten Liga kommen, haben es manchmal bei der Eintracht gar nicht auch leicht in Sachen Wahrnehmung. Wahrnehmung bei den Fans, der bekommt schon viel Credit. Credit, ich spreche das auch für so richtig. Credit. Weil, der kann sprechen, ne? Das ist ein cooler Typ, ist ein irgendwie wacher Typ. Das ist alles klasse, aber du musst halt trotzdem treffen und das hat er jetzt gemacht und dementsprechend geht das auf jeden Fall die richtige, richtige Richtung. Matanovic auf jeden Fall einer der Highlights und das sichert uns natürlich dann auch Platz 2. Aber eine Frage an dich dann direkt dazu, Marvin, zu Matanovic. Ist er für dich tatsächlich ein Spiel für die erste Elf momentan oder würdest du sagen, weil mein Punkt war vorhin, mir gefällt es momentan noch nicht so, dass er sich am Anfang so aufreiben muss. Ich glaube, es ist für mich im Moment ein Spieler, der sehr, sehr gut von der Bank kommen könnte, um da mit Impulsen und entsprechend auch mit langen Bällen nochmal gefüttert zu werden. Das ist ja seine Stärke, die zu verarbeiten. Haben wir ja auch gesehen. Wenn der Ball einigermaßen kommt und er die Rübe hinhalten kann, dann hat der Torwart schon kaum noch eine Chance. Oder siehst du es eher so, ach, der kann ruhig auch von Anfang an spielen. Bist du völlig klar mit? Also ich fand, jetzt gegen schwächere Gegner, wir haben es ja jetzt, also Kiel, no hard feelings, aber es ist ja trotzdem ein Gegner, der auf der Bällenplatz 18 der ersten Liga steht und da auch nicht ganz zu Unrecht. Und da muss ich dann schon sagen, ja, da kannst du es mal machen, ansonsten wäre der aber für mich keiner der Startelf. Das muss man schon sagen. Also wenn es gegen die Bayern geht, dann bin ich eher cool mit Eketiki und Mamouche da vorne. Und dann ist Matanovic aber jemand, der wirklich gut reinkommen kann. Und das ist ja genau die Position, dass wir vielleicht aber öfter mal diese Spiele haben werden, auch zu Hause noch im Europacup, wenn wir erneut auch wichtige Spiele haben werden, wo du aber schon denkst, okay, da ist der Gegner so ein bisschen schlechter und dann ist auch gerade so eine lange Bank wie Matanovic genau der Spieler, der ein bisschen Dinge durchbrechen kann, auch nach Eckbällen richtig stehen kann. Dann ist er durchaus auch mal ein Startspieler, aber für die Topgegner, da bleibe ich bei der Mamouche-Eketiki, dem magischen Duo, wie man schon sagt, die magische Zweierachse. Ja, du würdest den beiden ja dann auch so ein bisschen die Dynamik dann auch nehmen, weil sie sich ja dann auch so ein bisschen anders da positionieren müssen. Also ich glaube schon, dass sich da einfach dieser Standardsturm Eketiki-Mamouche herauskristallisiert hat, aber wie Marvin zu Recht gesagt hat, du hast halt einfach mit Matanovic dann noch eine Option, wenn es halt mal Alternativen braucht gegen Gegner, wo du halt ganz genau weißt, okay, da komme ich jetzt spielerisch vielleicht nicht irgendwie zu 15-Tor-Chancen, da muss ich dann halt einfach mal den langen Ball, die Flanke auspacken auf einen Spieler, der halt da vorne steht und den Ball dann festmacht. Und er braucht natürlich dann noch irgendwie, das ist dann so ein bisschen dieser Zwiespalt, in dem man sich dann da befindet, aber er braucht natürlich auch Spielpraxis, wenn er dann halt auch seine Leistung da dann bringen will. Also, ja. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn es jetzt so erfreulich weitergeht, wie es bisher läuft für die Eintracht, werden da auch sehr, sehr viele Spiele noch auf uns zukommen. Also, wenn du in allen drei Wettbewerben drin bleibst, was wir jetzt mal hoffen, dann wird das jetzt über weitere Monate noch so gehen, dass du sehr, sehr viele Spiele und englische Wochen hast und dann gibt es natürlich noch Nationalmannschaftsausflüge hier in Länderspielpausen und ich glaube, im Endeffekt wirst du jeden oder fast jeden Spieler brauchen, den wir da jetzt gerade haben. Also, ich glaube, das wird schon so ein, ja, die werden schon Körner lassen, auch wenn sie sich jetzt nicht verletzen oder nicht gesperrt sind, sondern dass die halt einfach mal durchatmen müssen. Und da hat es Marvin ganz richtig gesagt, da werden ja auch Gegner kommen, wo man sagt, hey, vielleicht kann man da ein bisschen rotieren, vielleicht kann man da den einen oder anderen mal von Anfang an spielen lassen und dem eine Chance geben, der jetzt nicht in der, ja, Start-Start-Elf ist, die sich jetzt herauskristallisiert hat für die Top-Spiele, wo man sagt, hey, das ist unsere A-Elf so und die, mit der spielen wir. Und, ja, also, ne, dass du dann einfach die Option hast und das finde ich gut, dass wir auch sehr, sehr viele Spieler haben, bei denen ich das Gefühl habe, da ist nicht so ein krasser Leistungsabfall, wenn die eingewechselt werden oder die sind halt sehr nah an der Mannschaft dran und du hast das Gefühl, hey, du hast eben diese Optionen, da auch mal was anders zu machen und du musst nicht direkt irgendwie bangen, sobald mal jemand ausfällt, weil er sich erkältet hat oder so. Ja, also was das Programm angeht, da hast du definitiv mehr als, mehr als genug Spiele da drin, also allein, wenn du jetzt mal guckst, wir haben jetzt nach dem Besiktor-Spiel gegen das wir da, über das wir dann gleich sprechen können und dem Bayern-Spiel am Sonntag, dann hast du drei Wochen, wo du komplett englische Wochen durch hast, dann hast du wieder davor und dann danach die Länderspielpause, dann hast du bis Weihnachten auch quasi nur Wochen, bis auf, glaube ich, eine Ausnahme, wo du englische Wochen hast, dann hast du zwei Wochen Winterpause, dann startet das direkt wieder rein mit englischen Wochen, also da ist schon ordentlich Pensum, auch was dann da gebracht werden muss und das hatte ja auch Topmüller heute in der Spieltagspressekonferenz gesagt, wo er ja auch drauf angesprochen wurde, wie das so mit rausrotieren, reinrotieren und so weiter aussieht, wo er auch ganz klar gesagt hat, dass da auch gerade bei den Spielern, und da hat er explizit auch Mamouche genannt, die ja dann auch eben bei den Länderspielpausen dann wahrscheinlich auch für ihre Nationalmannschaft irgendwie eins, zwei Spiele über die volle Länge machen, dass man da schon gucken muss, dass man da mit der vernünftigen Belastungssteuerung denen auch Pausen gönnt. Also da werden definitiv auch Spielminuten für ein Matanovic bei rumkommen, wo dann ein Mamouche mal für 70 Minuten auf der Bank sitzt, einfach damit der Kerl dann da nicht irgendwie ab Weihnachten dann überhaupt nicht mehr laufen kann, da haben wir ja auch nichts mit gewonnen. Also es wird noch interessant. Marvin, wir hatten die Diskussion eingeleitet mit der Frage, wie es uns denn geht bislang nach fünf Ligaspielen einem, du hast es gerade eben angesprochen, nicht so super erfolgreichen Spiel gegen Pilsen und dem DFB-Pokalspiel gegen Braunschweig, du erinnerst dich vielleicht noch. Von daher auch an dich die Frage, wie geht es dir denn bislang so mit dieser Saison? Ja, bislang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich meine, klar, tabellarisch ist das natürlich ein absoluter Traum, was wir gerade in der Bundesliga erleben. Ich glaube, es ist auch total super, dass du die wichtigen Punkte gegen Gegner, die du auch punkten konntest, auch wirklich geholt hast. Wenn du mich überlege, gegen Dortmund war es ja am Ende eigentlich auch sogar relativ knapp, so gefühlt zumindest. Also insofern, die Eintracht ist da auf jeden Fall am Start. Was mich total ärgert, ist der Punktverlust jetzt beim ersten Eurocup-Spiel, Europa-Cup-Spiel. Weil irgendwie, da wäre mir möglich gewesen, das wissen wir alle, ich will auch gar nicht sagen, dass es jetzt ein Drama ist, weil das ist jetzt auch kein Drama, es ist halt blöd gelaufen. Aber ja, meine Frustration kommt so ein bisschen daher, dass ich halt überhaupt nicht einordnen kann. Ich kann gar nicht einordnen, ist das jetzt nicht so schlimm, ist es jetzt doch scheiße. Ich kann das nicht einordnen, weil ich diesen Wettbewerb halt in dieser neuen Form halt einfach noch nicht kenne. Ich weiß noch nicht, was bringt er mit sich. Klar, unter die besten 24 sollten wir irgendwie schon kommen. Aber es ist halt schon so, dass man normalerweise sagen muss, das sind alles die Heimspieldecke, die du gewinnen musst. Na klar ist Viktoria Pilzen keine Laufkundschaft und das hat genau derjenige getroffen beim 1-1, bei dem ich schon gedacht habe, dass er treffen wird. Der Mann mit der komischen Frisur, Sulc, Nationalspieler und auch wirklich Offensivmotor dort. Aber das ärgert mich. Aber gleichzeitig, ja, muss man es den Jungs auch geben, weil ich glaube, das gehört zum Lernprozess dazu. Das gehört auch zu einem Kawa Santos dazu, dass der Fehler macht. Und vielleicht ist dann so eine Reaktion, wie sie dann kam jetzt gegen Kiel, dann auch essentiell, ist dieses 3-3 essentiell für diese Reaktion. Ich weiß es nicht, aber für mich ist es ein bisschen ärgerlich, denn ich weiß nicht, wie dieser Wettbewerb am Ende beendet wird, denn die Auswärtsspieler sind tough. Lyon ist tough, auch Midtjylland darf man nicht unterschätzen. Und dann ist es auch noch so, dass wir noch nach Rom fahren. Das sind alles Punkte, da rechne ich mir gar nichts aus, so wirklich überhaupt nichts. Rom ist letztes Spiel sogar, glaube ich. Rom ist sogar letztes Spiel, also Rom, Lyon, rechne ich mir gar nichts aus. Wenn wir ehrlich sind, morgen Besiktas, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, das kannst du auch nicht einplanen. Das heißt, du musst eigentlich deine Heimspiele gewinnen, um irgendwie sicher safe dabei zu sein. Und dann hast du natürlich jetzt gegen Pilsen schon irgendwas nicht richtig gemacht. Und das ärgert mich. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Marvin, dass man noch so gar kein Gefühl für diesen Wettbewerb hat, um zu sagen, okay, ja, theoretisch oder sehr wahrscheinlich kommen wir unter die ersten 24, aber das Ziel ist ja zu sagen, okay, wir kommen unter die ersten 8, dass wir direkt in die nächste Runde einziehen und uns diese Zwischenrunde da irgendwie ersparen. Aber man hat halt so überhaupt keinerlei Vergleich, um zu sagen, okay, wie viele Punkte brauche ich denn, um da irgendwie hinzukommen? Und wie sieht das irgendwie dann auch mit Torverhältnis aus? Muss ich tendenziell eher mehr Tore schießen oder ist Tore eigentlich irgendwie egal und kommt es nur irgendwie auf die Punkte an? Also ermauern wir uns irgendwie so ein 1-0? Oder brauchen wir jetzt auch so ein 7-1, wie Dortmund da gestern irgendwie hingelegt hat? Also es ist irgendwie sehr schwer, da irgendwie zu wissen, sind wir da jetzt gerade gut oder schlecht unterwegs? Jetzt haben wir auch erst das eine Spiel, aber ich kann den Punkt voll und ganz nachvollziehen. Mir geht es ziemlich ähnlich. Was soll ich auch machen? Ich habe überlegt, ob ich den Tabellenrechner mache, aber ehrlich gesagt bin ich zu faul dafür. Alter, das sind ja Milliarden Spiele, die ich dann tippen müsste. Ja, das ist richtig. Das ist so verwirrend einfach. Wer hat ja nicht bezahlt dafür, Patrizio, was soll ich denn machen, ey? Irgendeinen Praktikanten einstellen, der das macht. Der ist ja erst mal eine Woche beschäftigt, bis der alle Spiele da durchgeklickt hat. Ach, das will ich doch gar keinem Praktikanten auch nicht zumuten im Endeffekt. Ja, außerdem, was heißt Praktikant? Muss man erst mal durchsteigen, ja? Brauchst du eher so einen Doktorrand oder was? Genau, ich brauche das mit Doktorrand und muss das zusammen machen, damit ich das verstehe. Also die Magie dahinter, die ist mir noch nicht ganz gewahr. Also insofern, es ist alles noch ein bisschen kryptisch und natürlich, das wird es sich noch geben, aber das Ding ist, das Einzige, was mich so, was ich auch ein bisschen traurig finde an diesem Betweb ist, du hast immer so ein bisschen, das Gefühl, wenn du in einer Gruppe bist, bist du in so einer Schicksalsgemeinschaft. Dann kennst du dann auch die anderen Gegner, dann weißt du, oh, wenn die jetzt so spielen, oh, dann ist was drin und was soll ich dir jetzt machen? Oh ja, wenn Twente Enskita jetzt bei Midtjylland so spielt, dann könnte das in der Tabelle, oh, jetzt können die auf 16 rücken. Oh, meine Güte, können die auf 13 rücken. Das ist so fern. Das ist überhaupt nicht greifbar. Nee, das gibt dir nicht das Gefühl und es ist, und ehrlich gesagt, natürlich, ich kann das alles verstehen, natürlich sind finanzielle Interessen dahinter, aber überlegen wir doch mal, wo wir dann auch mal so Dinge hatten, wo du sagst, ah, hier zu Hause haben sie uns geärgert, aber auswärts, da man mit in die Hölle heißt. Ja, voll. Das hatte ich auch das Gefühl, dass du eben nicht dieses hast, auch sagen wir mal, du spielst auswärts und es ist irgendwie ein bisschen was vorgefallen und du bist so, boah, aber jetzt kommt erst mal zu uns nach Frankfurt und dann sehen wir weiter. Ich meine jetzt gar nicht außerhalb des Platzes, sondern auf dem Platz. Also kommt jetzt bei uns erst mal ins Stadion und schlagt uns mal zu Hause. Wir wollen es hier klarstellen. Es ist alles hier im Rahmen noch, in dem ich mich hier bewege, im legalen Rahmen. Aber jedenfalls, dass du einfach nicht dieses Gefühl hast, du hast noch diese Revanche, weil die gibt es einfach nicht. Du hast ein Spiel gegen diese Mannschaft und dann ist es halt auswärts oder zu Hause. Und ich finde, irgendwie, also aktuell fehlt mir das noch so ein bisschen, dieses Gefühl, dass du weißt, man sieht sich zweimal in dieser Gruppe und man hat da immer noch so ein, man hat da vielleicht manchmal noch eine Rechnung offen und die kannst du nicht mehr begleichen. Da musst du halt irgendwie hoffen, dass irgendjemand anders die für dich begleicht und dann weißt du nicht mal wer, wie Marvin gesagt hat, dann spielen die ja irgendwie gegen andere Gegner als wir und dann weiß ich nicht, wie ist denn dieser Gegner drauf, weil ich habe nicht gegen die gespielt. Keine Ahnung, wie kann ich das einschätzen? Gar nicht wahrscheinlich, muss ich mich überraschen lassen, weil ich bin jetzt nicht in jeder europäischen Liga heimisch und kann jedes einzelne Team einschätzen. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, genau dieses Gruppensystem war irgendwie, du hast besser auf einen Blick und du hattest irgendwie immer so ein bisschen mehr das Gefühl, auch wenn es natürlich, ne, im Endeffekt ist jedes Spiel ein neues Spiel und so, aber du hattest immer so das Gefühl, man kann so grob einschätzen, was kommt da jetzt auf die Gegner zu und was kommt auf uns zu und wir haben die sich gegen die geschlagen und wir haben wir uns gegen die geschlagen und das hast du jetzt halt gar nicht mehr und das ist so ein bisschen, ich finde es irgendwie noch komisch, aber vielleicht, weil es neu ist, wir wollen uns neu im Jahr nicht verschließen. Ja, klar, aber es ist natürlich auch, also was definitiv der Vorteil ist, du wirst auf jeden Fall acht Spiele Vollgas sehen, weil du natürlich auch nicht mehr diese Variante hast in der Gruppe, wo du sagen kannst, okay, wir haben jetzt irgendwie neun Punkte, der Nächste hat irgendwie drei, das letzte Spiel ist jetzt auch vollkommen egal, da kommen wir irgendwie durch, das wirst du jetzt auch nicht mehr haben, das heißt aus Sicht des Fußballschauenden wirst du einfach jetzt über die kompletten Spieltage da Vollgas sehen, weil halt keine Mannschaft richtig einschätzen kann, was wird da irgendwie passieren und wahrscheinlich ist es auch nicht so super empfehlenswert, die Tabelle am letzten Spieltag irgendwie parallel laufen zu haben, weil da wird halt permanent irgendwie Änderungen von oben nach unten irgendwie durchgehen. Ja, es sind da jetzt auch mehr Spiele, ne? Das insgesamt auch, das finde ich halt auch nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Also klar, natürlich gucken wir alle gerne Fußball, aber ich finde es auch, die Entwicklung ist jetzt langsam auch, ey, du musst auch wirklich mal einen Punkt irgendwo dahinter setzen, weil das geht doch nicht, dass irgendwie in jedem Wettbewerb immer mehr Spiele, immer mehr Spiele, das ist auch, also für mich ist es schon, als du vorhin unser Programm aufgezählt hast, René, mit den ganzen englischen Wochen, die noch kommen und die, die wir jetzt ja auch hatten, wir hatten jetzt auch zwei am Stück, beziehungsweise sind mittendrin. Ja. Ich weiß nicht, ich habe schon als Zuschauer das Gefühl, mir geht ein bisschen die Puste aus und ich denke mir, boah, ist schon wieder ein Spiel, krass, da geht es ja auch direkt weiter und irgendwie so in meinen Planungen bin ich schon komplett außer Puste und wie soll es dann den Leuten gehen, die da wirklich arbeiten, die da ihren Körper hinhalten, alle zwei Tage, am Anfang der Saison ist das vielleicht noch cool, weil du denkst, boah, cool, dann ist vielleicht ein Spiel verloren gegangen, aber ich kann gar nicht viel drüber nachdenken, weil es geht weiter, aber auf Dauer ist es echt, also weiß ich nicht, ob man da jetzt nochmal ein, zwei, drei Spiele mehr überall reinquetschen muss. Ich finde, es war auch gut, so wie es war. Ja, wir sind ja dann noch irgendwie so ein bisschen auf der glücklichen Seite, wenn du dir dann das Programm dann noch zusätzlich in der Premier League anguckst, die ja dann quasi auch noch hier komplett Weihnachten und so weiter irgendwie durchspielen, wenn du dann überlegst, du hast diese Nummer mit irgendwie zwei Spielen mehr international, dann hast du noch, kam noch irgendwann auf die Idee, wenn in einem Nicht-WM eher im Jahr noch so eine komische Club-WM dann irgendwie austragen zu wollen. Also, das wird schon, ja, also es ist definitiv herausfordernd und die Frage ist, kann man das Rad da überhaupt noch weiterdrehen oder hat man es nicht eigentlich schon zwei Runden irgendwie überdreht und bricht dieses ganze Konstrukt irgendwann zusammen? Aber nun gut. Das ist eine, ja, ich glaube, die können wir jetzt nicht abschließend klären, aber das ist halt genau die Frage, die du stellen musst und ich habe genau das gleiche Gefühl wie Patrizia. Ja, also für mich ist es schon so, alles cool und schön, aber es ist mir zu viel und wir nehmen das jetzt mit und klar, wenn du jetzt dann, wenn du jetzt nicht, wenn du ehrlich gesagt nicht unter die besten 24 kommst, dann hast du wenigstens einige Spiele gehabt, man soll halt unter die besten 24 kommen, also das müssen wir schon, das müssen wir schon schaffen. Das ist so, das ist so. Also Marvin, du hast vorhin gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, um es nochmal auch zu, auf die, auf unsere Gruppe oder auf unsere acht, in unseren, ja, in unsere Liga ist es ja eigentlich dann, in unsere Liga-Phase hier zu packen. Ich denke schon, dass wir hier sehr gute Chancen haben, wenn wir im Endeffekt performen. Deshalb ärgert es mich genauso, Marvin, wie du es vorhin gesagt hast, dass du natürlich so ein Heimspiel gegen Pilsen, das schon so ein bisschen eingeplant war, gerade, ich sag mal, nach 85 Minuten hast du gedacht, das Ding ist gegessen und hast dich schon gefreut. Das ist natürlich schon bitter und schlag in die Magengegend, jetzt musst du halt im Endeffekt gucken, selbst wenn du aber nur die einzelnen Heimspiele jetzt noch zu Hause irgendwie über die Bühne bringst und hast wirklich den Worst Case und holst auswärts fast nichts oder nichts, denke ich, bist du trotzdem noch in diesem Korb drin und kannst noch darauf hoffen, dass du auch nochmal in diese weitere Phase kommst. René hat es vorhin gesagt, unter die ersten acht, da wird es dann, glaube ich, da musst du schon sehr viele Überraschungen auch auswärts haben. Ja gut, aber das war ja das Ziel oder die Ambitionen, die man da hingelegt hat und ich glaube, das muss auch das Ziel sein, weil, wie Patrizia gesagt hat, du hast eh schon viele Spiele, dann nochmal irgendwie zwei Spiele hier Zwischenrunde machen, die will sie dir dann natürlich auch irgendwie versuchen zu ersparen. Aber das ist schon tough. Also unter die ersten acht in der Gruppe, das ist, glaube ich, da hätte sie, glaube ich, gegen Pilsen schon die komplette Punktzahl mitnehmen müssen, damit das nicht jetzt total stressig wird. Aber gut, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also es sind auf jeden Fall, wenn man sich die, den kompletten, die kompletten 36 Mannschaften anguckt, sind da schon auch Mannschaften dabei, die du eigentlich da vorne irgendwie einsortieren würdest und es sind weit mehr als acht. Also es wird auf jeden Fall interessant, wer dann da vorne irgendwie reinrutscht. Aber das können wir ja dann irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt machen. Sondern vielleicht hat Marvin bis dahin auch jemanden gefunden, der ihm irgendwie hilft, diesen Turnierrechner auszufüllen. Einen Doktorand mit ihm zusammen. Ja. Das ist doch mal eine Aufgabe. Das ist dann irgendwie so betreutes Klicken. Ja, durch Behörer. Betreutes Engel brauche ich schon. Betreutes Klicken ist auch gut. Wer sich angesprochen fühlt, bitte bei Marvin melden. Wer Marvin da einmal durchhelfen will und ihn leiden sehen will, der meldet sich bitte. Ja, Marvin hat es gerade eben gesagt, wir sollten die Heimspiele gewinnen. Aber Eintracht Frankfurt wäre nicht Eintracht Frankfurt und vor allen Dingen die Fans, wenn sie nicht auch bekannt wären oder wenn sie nicht auch die Auswärtsspiele sehr gerne mitnehmen wollen würden. So wahrscheinlich auch morgen, wenn die Eintracht gegen Besiktas spielt in Istanbul. Ein Stadion, was wahrscheinlich fürchterlich laut wird, ist glaube ich auch, wenn ich mich nicht vertue, das Stadion, wo man den Weltrekord aufgestellt hat, was den Lärmfaktor irgendwie angeht. War da nicht irgendwas? War das Besiktas? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Irgendwie Guinness Buch der Rekorde oder sowas. Ja, die irgendwie so viel Lärm erzeugt haben wie ein startender Düsenjet oder irgendwie sowas. 100 Eppes Dezibel. Also es wird auf jeden Fall laut werden morgen. Morgen, was glaubt ihr denn, was sonst noch herausfordernd wird in diesem Spiel gegen Besiktas? Marvin, möchtest du mal beginnen? Marvin möchte nicht beginnen. Dennis, beginne dann du. Okay, also ich muss sagen, ich kann es nicht so richtig einschätzen. Besiktas bisher gestartet. Ich glaube auch gar nicht so schlecht in der Saison, oder? In der Saison sind sie, glaube ich, jetzt nicht so schlecht gestartet. Sie haben in der Liga noch kein einziges Spiel verloren. Sie sind trotzdem nur Vierter in der Liga. In der Euroleague haben sie halt nicht ganz so erfolgreich gestartet. Da haben sie halt am ersten Spieltag vier Tore von Ajax kassiert. Ja, es ist für mich... Sogar Dritter, glaube ich, oder? Aber ja. Es kann sein, ich hatte am Sonntag, meine ich, geguckt und die haben ja am Montag noch gespielt. Ja, 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 gut, dann sind sie jetzt mittlerweile Dritter, aber haben auch tatsächlich ein Spiel weniger als die ersten beiden. Und der Erste hat 19 Punkte und die haben 16 Punkte. Also, ja, sind gut dabei, würde ich sagen. Das macht mir nicht unbedingt mehr Hoffnung, muss ich sagen, dass das jetzt... Also, man muss ja sagen, die Eintracht ist ja auch Zweiter, ne? Also... So. Ja, hallo, also der Zweite gegen den Dritten. Da ist doch klar, wer hier die Nase vorne hat, ne? Nein, aber sind wir ehrlich, das wird auf jeden Fall richtig, richtig tough. Wir müssen gucken. Ich glaube, heute gelesen zu haben, dass Eki Ticke wieder spielen kann oder zumindest beim Abschlusstraining dabei war. Genau, also aktueller Bericht aus der Pressekonferenz heute. Der Kader steht mehr oder weniger vollzählig zur Verfügung. Ausfälle sind die beiden Langzeitverletzten Trapp und Heulund. Und Tuta hat sich heute Morgen nach dem Abschlusstraining abgemeldet. Wegen Kind, ne? Wegen der Geburt des Kindes, genau. Also, der ist nicht mitgereist. Ja, also dementsprechend, ja, schon kannst du, denke ich, da auch mitspielen. Aber Marvin hat es vorhin ja auch schon so. So viel darf man einfach in Istanbul bei Beshidas, glaube ich, nicht erwarten, dass du das in Zuckerschlecken wirst. Die müssen sich konzentrieren. Die müssen auf jeden Fall sehr, sehr effizient ihre Chancen machen. Mamouche hat am Wochenende ja wieder gezeigt, dass er aus Halbchancen Tore machen kann. Dementsprechend, ja, ich gehe eigentlich entspannt in der Sache entgegen, weil es für mich kein Muss ist, dort jetzt, ja, voll zu punkten. Dementsprechend, ja, Marvin? Ich habe so Bock, das Duell zu sehen. Ciro Immobile, den ich irgendwie als Spieler eigentlich, keine Ahnung, ich fand den, der war in Dortmund ultimativ erfolglos, aber irgendwie fand ich den irgendwie ganz cool. Ja, stimmt. Ja, und hat ja gar nicht funktioniert, hat aber danach eine echt eine gute Karriere gehabt. Gut, jetzt ist er mit 34 jetzt bei Besiktos. Und am Ende müssen wir abwarten. Aber trotzdem, das Duell, was er haben wird, vielleicht mal gucken, gegen wen. Ob er dann antritt gegen, ja, müssen wir mal gucken, vielleicht gegen Koch beispielsweise. Er gegen Koch kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt, wer da den längeren Hebel hat. Aber das ist auf jeden Fall ein Duell. Da muss sich Koch auch warm anziehen. Und Immobile, ein absoluter Goalgetter in dieser Liga, in der türkischen Liga aktuell, sehr, sehr oft getroffen. Das müssen wir abwarten. Insgesamt gute Mannschaft natürlich, muss man auch Respekt haben, habe ich auch Respekt davor. Da sind einige gute Spieler. Udo Kai ist ja in der Verteidigung bei denen. Aber trotzdem muss ich trotzdem sagen, so einen Punkt könnte man schon holen. Also ich will nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Also klar, Bülow und Raschica ist auch ein wichtiger und guter Spieler. Da gibt es echt einige, die mir grundsätzlich gut gefallen. Ich glaube, Raschica wurde irgendwie vor langer Zeit auch mal bei uns kurz gerüchtet. Und es ist auch alles okay, dass die nicht bei uns spielen. Aber ich glaube, so ein Punkt, wenn du es durchhältst gegen den, ja, wir haben eben gerade über das Guinness Buch der Rekorde gesprochen. Wenn du das Guinness Buch der Rekorde verdächtige Stadion überstehst und dir der Klang nicht so viel ausmacht und du nicht so zart beseitet bist, das kann ja manchmal passieren. Es gibt Leute, für die ist es zu krass. So what? Kann ja alles passieren. Aber wenn du es hinbekommst und dann dort einen Punkt entführst, das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre so ein bisschen das wieder gut gemacht, was wir eine Woche zuvor verloren haben. Ja, also ich glaube auch, ähnlich wie du das siehst, es ist jetzt nicht unmöglich, da irgendwie einen Punkt mitzunehmen. Ich habe jetzt das erste Spiel von Besiktas gegen Ajax nicht gesehen, aber die Zusammenfassung habe ich mir angeguckt und so ein bisschen gelesen. Und da war schon die deutliche Meinung, dass sie gegen das schnelle Konterspiel von Ajax irgendwie wenig Chancen hatten und schnell und Konter ist ja etwas, was die Eintracht gerade auch ganz gut drauf hat. Also von daher wäre auch da meine Hoffnung, dass wir ihnen zumindest das Leben irgendwie schwer machen. Ich könnte mir aber schon auch vorstellen, dass der ein oder andere, der vielleicht so ein ja noch nicht ganz so viel Erfahrung auf dem Buckel hat, schon sich ein Stück weit beeindrucken lässt von diesem super lauten Stadion. Und da muss man einfach dann auch gucken, dass man dann konzentriert bleibt. Da würde ich dann meine ganze Hoffnung auf die erfahrenen Haudegen in der Mannschaft setzen, die dann da einfach die jüngeren Spieler so ein bisschen mehr anleiten können. Patricia, wie ist denn so deine Wahrnehmung von dem morgigen Spiel? Ja, es ist schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die Eintracht ist ehrlich gesagt gut in Form. Es hat auch einen guten Lauf und ist glaube ich auch gewillt, dieses 3 zu 3 aus dem aus dem ersten Spiel so ein bisschen wieder gut zu rücken, gerade zu rücken, um es mal so zu sagen. Von daher, ja, ich bin einfach gespannt, wie es im Endeffekt dann vor Ort sein wird. Also ich werde nicht vor Ort sein, aber wie es dann sein wird, wie laut es wirklich ist, wie sehr sich die Spieler davon beeinflussen lassen. Ich finde, das kann man jetzt halt nicht einschätzen. Und Besiktas, ich habe auch ehrlich gesagt nicht viele, also gar keine Spiele von denen gesehen, keine vollen Spiele von daher, aber ich glaube, die haben eine erfahrenere Mannschaft auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so auf dem Feld darstellen wird. Also ob man das merkt, dass die vielleicht einfach auch so ein bisschen mehr Ruhe haben, erfahrener sind. Die sind halt auch zu Hause. Es ist halt auch krass, dass du dann eben genau da das Auswärtsspiel hast in diesem krassen, lauten Stadion. Das ist für die natürlich ein Riesen-Pluspunkt. Wir kennen es ja umgekehrt auch, wenn du das Waldstadion hinter dir hast, ist das ja auch nicht zu verachten. Also ich glaube, es gibt viele Spiele, die tatsächlich auch durch das laute Stadion zumindest in Richtung der Eintracht gekippt sind. Und das kann uns jetzt halt genau umgekehrt auch dort passieren. Deswegen, ich bin gespannt, aber bin eigentlich spielerisch und vom, was die Mannschaft auf dem Kasten hat, bin ich guter Dinge, ehrlich gesagt. Aber René, nochmal um das aufzugreifen, das gefällt mir eigentlich gut. Oder Marvin, ich weiß gar nicht, wer es von euch beiden gesagt hatte, mit dem Tempo, mit dem Kontern und entsprechendes Tempo dort reinzubringen. Das ist natürlich ein Riesen-Riesen-Pluspunkt, den wir da definitiv haben. Wenn du schaust, Mammusch, der Strecke macht, ein Ecke-Ticke, wenn er ins Laufen kommt, was der für ein Tempo hat. Das ist, glaube ich, wirklich was, was man nicht unterschätzen darf. Und was gerade bei so einer Mannschaft, die vielleicht da nicht so ideal drauf eingestellt ist, kann das sehr schnell trotzdem. Du musst die Chancen machen, die sich ergeben, wenn du da einigermaßen effizient bist, kann ich mir sogar vorstellen, dass du hier am Ende mindestens einen Punkt mitnimmst. Ja, also ich glaube, über Geschwindigkeit geht da einiges. Und da haben wir ja die richtigen Spieler im Kader. Du hast jetzt mal Musch und Ecke-Ticke angesprochen, aber auf den Außenbahnen haben wir natürlich dann auch Spieler wie einen Kunku, der Pace hat, einen Knauf, einen Bahoya. Also da können wir auch, glaube ich, ganz gut irgendwie mit arbeiten. Aber natürlich auch nicht zu vergessen den Punkt, den Patricia angesprochen hat. Die haben halt schon einfach einen erfahreneren Kader. Und da sind, wenn du mal so auf die Namen guckst, die einem da so entgegenspringen mit einem Rafa, mit einem Joe Mario, mit einem Immobile, den wir gerade hatten. Und da sind halt schon auch so ein paar Schlitzohrige mit dabei. Also die sind halt auch mit allen Wassern gewaschen. Da muss man halt auch gucken, dass man da mit umgeht. Sind aber auch alle nicht mehr taufrisch, ne? Also wenn du dir anguckst, da sind alle dann auch um die 30 oder sogar schon über 30. Oder viele davon. Ja, von unserem Gesichtspunkt aussehen, Dennis, sind die schon noch taufrisch. Ja gut, mit dem Vergleich zu uns, René, da wirkt jeder jung und frisch. Aber gut. Nein, aber Marvin hat es vorhin auch schon angesprochen. Mit Immobile ist auch mit 34. Das ist schon ein Punkt, wo du einfach merkst, dieses Tempo über die 90 Minuten wird das einfach nicht mehr funktionieren bei dem einen oder anderen. Und das musst du ausnutzen. Ja, ist die vielleicht dann über ihre Erfahrung, wir haben es immer bei Hasebe damals auch gesagt, Stellungsspiel macht viel aus und kannst da viel ausgleichen. Wie gesagt, es ist eine große Hoffnung für mich, dass du wirklich versuchst, hier einfach dein bisher sehr erfolgreiches, schnelles Spiel auch in so einem Spiel auszupacken und nicht im Endeffekt, wie ihr vorhin gesagt habt, ehrfürchtig, oje, oje, jetzt sind wir hier im großen, lauten Stadion und kommen gar nicht dazu, unser Spiel, wie wir es jetzt sehr erfolgreich auch über viele, viele Minuten gezeigt haben, dann durchzusetzen. Da hoffe ich einfach drauf, dass wir da wieder anknüpfen direkt. Vielleicht ist das dann aber ja auch ein Vorteil, dass wir jetzt hier im Eintracht-Podcast sind und drüber sprechen müssen, über eine Mannschaft, die es ja auch gewohnt ist, in einem lauten Stadion zu spielen und nicht Mannschaften, die sonst irgendwie jedes Wochenende irgendwie vor halbleeren Rängen spielen. Also klar, es wird vielleicht nochmal eine Nummer mehr sein, aber es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt, das hat glaube ich Patricia gesagt, dass es in unserem Stadion immer super leise ist. Nicht immer. Nicht immer, genau. Ja, dann kommt natürlich jetzt hier die übliche Frage, mit welcher Aufstellung gehen wir denn in dieses Spiel rein? Patricia, du bist ja hier Fachkraft für Aufstellungsfragen. Seit wann eigentlich? Seitdem wir das so einstimmig beschlossen haben. Du warst halt bei der Entscheidung nicht anwesend. Das klingt alles nach einem sehr demokratischen System, das hier. In dem Moment war das für uns sehr demokratisch. Ja, also ich würde einfach mal anfangen mit der Abwehrreihe und die würde ich, ja eigentlich ähnlich wie zuletzt spielen, Tutor ist jetzt halt natürlich nicht da, aber ich würde natürlich Santosh im Tor, ist ja klar. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich mit Koch und Amon da gehen und dann links und rechts Theat und Christensen. Also du hast dann Theat als Linksverteidiger quasi. Ja, wobei ich gerade am überlegen bin, man könnte natürlich auch, wir hatten es ja jetzt zuletzt gegen Kiel, weil wer mir gut gefallen hat, ist Dina Ebimbe, ehrlich gesagt. Ich finde es cool, dass er sich wieder rangekämpft hat und er hat auch echt für Wirbel gesorgt. Und das wäre natürlich auch eine Option wert, dass man da drüber nachdenkt, also du kannst ja auch so ein variables, flexibles Dreier-Vierer-Ketten-Ding spielen, wenn du sagst, du hast Dina Ebimbe, der kann, der wird auf jeden Fall auf der Außenbahn spielen, muss aber ja nicht unbedingt so eine Fünfer-Ketten-Position bekleiden, kann sich natürlich auch mit nach hinten fallen lassen, aber dass du sagst, hey, eigentlich haben wir da einen Linksverteidiger stehen, meinetwegen Theat und der kann aber auch ein bisschen reinrücken und dann lässt sich noch Dina Ebimbe mit nach hinten fallen, wäre für mich auch eine Option, dass du dann ihn und Christensen so ein bisschen hast auf den Außen. Ich glaube, das war gegen Kiel auch zum Teil so. Fände ich auch eine Überlegung wert. Ich weiß nicht, wie ihr es seht und was euch lieber wäre, weil ich bin gerade ein bisschen so am Hin- und Herschwenken, weil ich den gerade auch echt gut in Form fand und ich finde, der hat echt ein frisches Element mit reingebracht, aber ja, kann man natürlich auch diskutieren. Das heißt, deine Theorie, nur wenn ich das richtig verstehe, wäre zu sagen, wir haben so eine Dreier-Fünfer-Kette, die dann je nach Situation im Spielaufbau halt auch eher so eine Viererkette ist, wenn du dann einen Christensen wieder rausziehst und das alles so ein bisschen fluide, würde ich es jetzt mal nennen, da dann quasi mit geht. Ja, genau. Ja. Fände ich eigentlich nicht so verkehrt. Ja, wobei ich sagen muss, Ebimbe hat mir auch als Einwechselspieler sehr gut gefallen, hat ja dann auch sofort getroffen. Das war ja das Pilsenspiel, glaube ich, weil da nach, sag ich jetzt mal, 60 Minuten kam und was weiß ich, im 62, 65. kam ja dann sofort der Treffer. Also er hat dieses Tempo, er hat natürlich auch diese Wucht, die er mitbringt, das ist eine super Sache, ist für mich jemand, kannst du von Anfang an auf jeden Fall auch bringen. Ich würde aber tatsächlich mit Knauf gehen, jetzt mal von Anfang an wieder, auch mit dem Tempo, auch mit den Situationen, vielleicht auch eine Flanke oder sowas nochmal reinzubringen für Ebimbe und Ebimbe dann eher einzuwechseln. Aber das ist wahrscheinlich die Frage, Geschmackssache am Ende, oder? Ich will es nicht noch komplizierter machen, aber was ist mit Inkunku noch? Ja, bei dem war ich auch gerade. Ich werbe es einfach nur mal so rein. Also, er variiert natürlich ganz schön bei den Positionen gerade, denn Knauf sehe ich meistens eher auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite, ja. Ja, habe ich Dennis. Du hast nur meint, du auf der rechten. Okay, alles klar. Ich spiele manchmal links, ich spiele manchmal rechts, Dina al-Bimbe habe ich eher auf links gesehen. Ich finde die Ideen mit Dina al-Bimbe tatsächlich ganz gut, also ähnlich wie gegen Kiel das so zu machen, weil mir auch ganz gut gefallen hat, unter anderem auch, weil ich jetzt gerade mit Shaibi nicht so richtig in dieser Saison warm werde und dann hätte ich eher gedacht, Dina links, Knauf rechts, das wäre für mich eigentlich eine ganz gute Option gewesen. Finde ich gut, finde ich gut. Könnte man auch überlegen, ne? Und nur kurz, wer ist der Ersatz für Tuta? Wie der Skiri rein, ne? Skiri. Ja, wollte nur kritisch nachfragen hier. Also du hättest jetzt gesagt, Ebimbe wäre für dich links, damit Christensen rechts und Innenverteidigung. Hätten wir dann? Amandar und Koch. Also ich habe tatsächlich… Du bist bei Vierer Kette. Ja, ja, genau. Ich bin bei Vierer Kette. Genau. Aber dann haben wir Theat draußen, oder wie? Dann ist Theat draußen, ja. Naja, also nee, ich glaube, dann reden wir wirklich aneinander vorbei. Also bei mir ist tatsächlich, ich würde Theat tatsächlich… Christensen würdest du zurückziehen und würdest im Endeffekt dafür da auf die Position, auf die Rechte, würdest du Knauf spielen lassen. Vierer Kette, Theat, Koch, Amandar und Christensen. Theat ist links Beteiliger, Christensen rechts Beteiliger, Koch, Amandar Mitte, Ibimbe vor Theat und auf der rechten Seite hättest du dann Knauf. Genau. Und dann würde ich mit Mammouche und Ekki… Scheibi raus. Genau. Ja, Mittelfeld Skiri, Larson wahrscheinlich dann, ne? Genau. Und Larson, der sich weiter nach vorne zieht, während Skiri weiter hinten ist, das würde ich machen. Natürlich hast du immer die Variante mit Götze, das könnte auch ein Ruhefaktor sein, ne? Gerade bei so einem hitzigen Spiel, wahrscheinlich gegen Besiktas, dann könnte natürlich Mario Götze mit seiner Ruhe und Coolness auch dafür sorgen, dass er die Jungen ein bisschen einfängt. Muss man auch überlegen, wäre auch ebenfalls eine Option. Ich finde auch, da Hut hat es in der zweiten Halbzeit bei Holstein nicht schlecht gemacht. Also das ist total cool zu sehen, wie viele gute Optionen wir auch im Mittelfeld jetzt haben, ne? Also du wärst in so einem mehrklassischen 4-4-2 eigentlich unterwegs. Okay. Finde ich gut. Finde ich durchaus gut. Und wir hätten dann auch das, was wir ja gerade eben schon besprochen hatten, dass Besiktas vielleicht mit Hochgeschwindigkeitsfußball nicht so wunderbar zurechtkommt, hast du natürlich dann mit Ibimbe, Knauf, Mammouche und Ekki-Tikeh hast du natürlich da die volle Power auf dem Platz. Und kannst sogar später noch ein paar Hoja reinwerfen, wenn du nochmal einen brauchst, der da nochmal zusätzlich irgendwie für Wirbel sorgt. Ich finde es gut. Ist denn Nkunku überhaupt fit? Weil der war glaube ich gegen Kiel überhaupt nicht im Kader, oder? Er ist in der Pressekonferenz heute auf die Frage hin, wer ist zur Verfügung, ist er nicht explizit ausgeschlossen worden. Topmöller hatte gesagt, bis auf Tuta und die beiden Langzeitverletzten steht der volle Kader zur Verfügung. Okay, okay. Weil ich bin es gerade nochmal durchgegangen, auch die Aufstellung gegen Kiel, auf der Bank ist er nicht gewesen. Eingewechselt wurde er auch nicht. Keine Ahnung. Gar nicht im Blick gehabt. Also sehr berechtigter Einwand, Patricia, von dir. Also ihn so komplett, weil er natürlich auch ein gewisses Tempo mitbringt und auch Erfahrung. Aber gut, jetzt mit der Aufstellung, die wir gerade durchgegangen sind, kann man natürlich auch sehr, sehr gut leben. Und ob da jetzt Nkunku sich so aufdrängt für Links im Vergleich dann zu Ibimbe, weiß ich nicht. Ja, viel Konkurrenz halt gerade, ja. Das stimmt. Ja, 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 definitiv. Aber ich fände es eigentlich ganz gut. Wird auf jeden Fall eine spannende Runde morgen werden. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Bezüglich Nils, also in Kunku ist es natürlich halt mega krass. Das muss man schon sagen, ihr habt es eben angesprochen, das ist viel Konkurrenz. Ey, das ist halt, das ist halt, das ist halt ab am Mittelfeld. Also es ist schon, also man muss schon sagen, es ist jetzt, der Eintracht gehört international zu echt einer der Top, ja, man hört es sich immer so komisch an, das zu sagen, aber es ist schon so, sie sind eher Top-Klubs und dann ist es halt einfach echt krass, auch in Kunku, der wahrscheinlich, wenn die Eintracht so im unteren Mittelfeld der Bundesliga herumdoppeln würde, wäre der Stammspieler. Aber so ist es halt so, du bekommst lauter gute Spieler, du bekommst Spieler, die nochmal Unterschiede machen mit, ach, hier hat das schon absolut, wenn der im Kopf klar bleibt, das ist ein so absoluter Bombenspieler. Und dann hast du auch mit Nathaniel Brown auch noch jemanden, der noch zwei Jahre jünger ist, auch Druck macht. Also das ist wirklich echt heftig und ich finde trotzdem die Überlegungen, Kunku, diese Spielzeit zu geben, supergut. Ich würde es halt jetzt nicht gegen Besiktas machen, sondern würde dann eher sagen, okay, bei einem Heimspiel gegen Riga, glaube ich, spielen wir auch noch und ich würde mal behaupten, da könnte er auch 90 Minuten spielen und könnte da sogar vielleicht auch wieder seine Offensive Akzente setzen. Also du musst genau diese Spiele so spielen, dass du jeden einigermaßen befriedigen kannst mit dem, was da so kommt. Und ich glaube auch, dass ein Andy Collins auch mal von Anfang an mal vielleicht ein Europacup-Spiel macht. Aber du darfst halt nicht zu viel wechseln, weil wenn du zu viele wechseln machst, dann hat das auch eine negative Ausstrahlungswirkung. Aber so selektiv mal so ein bis zwei rausnehmen und dann reinnehmen und dann, wie gesagt, diese Belastungssteuerung zu machen, dann kann das gut funktionieren. Und dann hoffe ich, dass auch ein Kunku auf seiner Spielzeit kommt, weil ich finde es total wichtig, dass Patrizia das nochmal gesagt hat, weil man sollte der nicht wegrechnen, nur weil es halt gerade so viele andere gibt. Ja, ja, sehr guter Punkt. Aber dann haben wir doch jetzt eine Aufstellung. Das Einzige, was uns dann jetzt noch fehlt, ist ein Ergebnis-Tipp, Marvin. Du stehst hier als erstes, deswegen darfst du direkt weitermachen damit. 2-2. 2-2. Ja, er wird ein hitziges Spiel, zwei Tore bekommen wir leider, aber immerhin werden wir auch zwei schießen. Und da glaube ich, dass Oma Mamouche auch wieder international zeigt, in welch bestechender Form er ist. Denn man muss schon sagen, Oma Mamouche ist einer der imposantesten, absolut interessantesten Stürmer, die es gerade sowieso in Europa gibt. Und ich glaube, da macht er direkt weiter. Patrizia, würdest du dem zustimmen und was ist dein Ergebnis-Tipp? Ich sage 2-1 für die Eintracht. Einfach so, weil ich jetzt einfach mal hoffe, dass wir das Ding gewinnen und nur ein Gegentor kassieren und das Zweite, was Marvin bei sich eingerechnet hat, vielleicht aberkannt wird oder so. Keine Ahnung. Oh ja, strittige VAR-Situationen. Acht Minuten Nachspielzeit wegen irgendwie Prüfen-Gedöns. Und ja, großartig. Habe ich richtig, richtig Lust zu. Ironie aus. Dennis. Ich glaube sogar, wir schießen drei Tore. Jetzt ist nur die Frage, wie viel macht Besiktas? Sagen wir, ja, ich will jetzt hier gewinnen, wir gewinnen 3-2. Okay. Ja, ich gehe bei Dennis seinem, wir schießen drei Tore, gehe ich mit. Ich glaube, wir sind gut drauf. Ich glaube aber auch, dass die Abwehr gut drauf ist und dass Santos morgen einen absoluten Sahnetag hat und deswegen nur eine Bude fängt und sagt, die Eintracht gewinnt 3-1. So ist das. Ja, da sind aber optimistische Tipps hier unterwegs. Ich hoffe, ihr habt alle recht. Also zumindest Patricia und der gute René. Was hast du getippt, Dennis? 3-2 für die Eintracht. 3-2. Du darfst auch recht haben. Also einer von uns sollte. Dir das zu wenig, Marvin. Ja, schon zu wenig. Du musst ein bisschen in der Kritik üben. Ja, also ich habe richtig Bock irgendwie morgen Abend auf dieses Spiel. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiler Abend und ich bin mal gespannt. Basti sollte ja eigentlich vor Ort sein. Der ist vor Ort, ja. Der ist vor Ort, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht in der nächsten Woche oder in der übernächsten Woche, das müssen wir gleich nochmal irgendwie hier erklären, dann da nochmal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Es ist 21 Uhr Primetime zum Feiertag. Also was kann es Besseres geben, als am Tag der Deutschen Einheit die Eintracht Siegen sehen. So ist es. Von daher bleibt gespannt, ob es in der nächsten Woche eine Sendung gibt oder vielleicht erst in der übernächsten Woche. Das bleibt so ein bisschen die Wundertüte. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. All denen, die vor Ort in Istanbul sind und diese Folge hören, habt Spaß. Genießt die Eintracht auf Auswärtsfahrt in Europa. Wenn ihr das nicht schafft, gleich schafft ihr es zum Heimspiel am Sonntag. Wenn der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenersten spielt im Spitzenspiel am Sonntag. Und ansonsten melden wir uns in einer der nächsten Wochen in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann, установ! Outro